Die Situation in München bleibt angespannt. Am Wochenende findet das Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und Israel statt. Anlass ist der 50. Jahrestag des Münchner Olympiadentats. Bereits im Vorfeld kam es vermehrt zu antisivitischen Ausschreitungen. Kritik an der Veranstaltung wächst. Wir müssen das Spiel absacken. Was steht da? Tod für Israel. Unser Team geht davon aus, die Bedrohungslage innerhalb der nächsten Stunden genauer einschätzen zu können. Wenn Sie Blut vergessen wollen, sollen Sie das bekommen. Ein Kollege von Mossad wird euch bei den Ermittlungen unterstützen. Er hat im Darknet einen Post gefunden. Tu mir den Gefallen und behörd ihn im Auge. Maria Köhler. LKA. Simon. Das ist Karin Obdelserland. Er wird vom Verfassungsschützer überwacht. Woher hast du das? Das ist Stasi-Scheiße, sowas. Die haben ganz andere Möglichkeiten als wir. Das ist nicht dein Ernst, Michael. Moral muss man sich immer leisten können. Ich vertraue dem nicht. Kein Mensch hat davon gesprochen, dass du ihm vertrauen sollst. Und? Wie gefällt Ihnen München bisher? Ich will nicht ein Repeat of 72. £25. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020